Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen unsere L300 Offen vorstellen. Unser Offen hat eine Leistung von 30 kW, 10 Heizungen und 3 Abschnitten. Heißluftheizung von unten und 2 Temperatursensoren. Offensteuerung 7 Zoll PLC Teuchpanel. Harten bei unserer Offenheizung Powerpost, also heizte 180 Grad, EcoBost, Heizeco, EcoEconomy Modus, war die richtige Leistung zum Aufwärmen des Offens. Unser Offen hat auch zwei Systeme. Erste ist das Anti-Überheizsysteme, zweite Anti-Feuersysteme. Hat auch Hasenerkennungssensor. Also kann man nicht dem Offen falsch einschließen. Wenn die Anlage keinen Strom her hat und die Spannung zurückkehrt, nimmt den Offen die Arbeit auf und berechnet, wie viel Zeit noch verbleibt, um die Arbeit zu beenden. Bei unserem Offen gibt es auch eine schnelle Diagnose des Bedienfelds mit dem Schaden an der Heizung am Schnitten und Schaden an andere Systeme wie eine Luftzahre oder einen Klapper. Der Offen kann über das Befindungsfeld für eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Tag programmiert werden. Bei Display können Sie sehen vier Modus, was bei dem Offen ist. Erste Wärmen, zweite Zumheizen, dritte Lüften, vierte Türen sind offen. Der Offen ist isoliert mit einer Isolationsdecke von 25 bis 45 Zentimeter. Eine Updaten zum unseren Offen zum Aktualisieren finden Sie kostenlos auf unseren Internetseiten. Danke!